Moin, ich bin Matthias und moderiere für euch den November-Newsflash. 6100 Erstis durften wir in diesem Semester an unserer Uni willkommen heißen. Die O-Phasen waren natürlich wieder ein voller Erfolg und die Neulinge dürften gut angekommen sein. Obwohl der ein oder andere Kommiliton ist mit Sicherheit noch auf Wohnungssuche, bei Freunden untergekommen oder pendelt täglich, so wie ich. Allein 2800 Studenten stehen auf der Warteliste für Wohnheime, das sind 630 mehr als im letzten Jahr. Fast 31.000 Studierende sind wir jetzt an der Uni Göttingen und das ist absoluter Rekord seit 20 Jahren. Erfolgreich starten, Ideen für den Studienbeginn lautete das Motto für den Ideenwettbewerb 2015. 500 Euro erhielt Johann Nikolaus von Spankeren für seine Idee eines YouTube-Blogs, in dem zwei Erstsemester über ihre ersten Eindrücke an der Uni und die Herausforderungen ihres Studienalltags berichten sollen. Das ehrenamtliche Engagement neben dem eigentlichen Studium spielte beim Ideenwettbewerb eine wichtige Rolle. Gleich mehrere Vorschläge zu dem Thema wurden mit Sachpreisen berücksichtigt. Der Ideenwettbewerb findet jedes Jahr statt und wird von der Abteilung Studium und Lehre der Uni organisiert. Habt ihr eine gute Idee für ein eigenes Unternehmen? Etwas, das der Welt noch fehlt und das ihr mit eurer kreativen Energie in die Tat umsetzen wollt? Unter dem Titel How to Start Up richtet der Akademische Börsenverein Göttingen im November und Dezember zahlreiche Vorträge und Workshops rund um das Thema Firmengründung aus. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur eine Vielzahl wertvoller Hintergrundinformationen, sondern auch zahlreiche praktische Hilfestellungen, die euch bei der eigenen Firmengründung unterstützen sollen. Betriebswissenschaftliches Vorwissen ist nicht nötig. Schaut mal bei den Veranstaltungen vorbei und folgt der Gruppe auf Facebook. Ich nehme es in die Hand. Das ist das Motto des aktuellen Projekts der ProCity Göttingen GmbH. Von Anfang bis Ende November werden in rund 70 teilnehmenden Geschäften in der Göttinger Innenstadt einheitliche grüne Baumwolltaschen mit dem Aufdruck Ich nehme es in die Hand an die Kunden ausgegeben. Auch während der Immatrikulationsfeier wurden diese Taschen bereits an die Erstsemester verteilt, denn auch die Uni beteiligt sich an dieser Aktion. Im Vordergrund steht das Thema Nachhaltigkeit. Mit dem Konzept weniger Plastiktüten in Göttingens Innenstadt möchte ProCity zusammen mit allen Teilnehmern den jährlich anfallenden Plastikmüll in Göttingen reduzieren. Gleichzeitig werden in den teilnehmenden Geschäften Spenden für die lokale Gruppe von Plant for the Planet gesammelt, die in Göttingen und im Landkreis neue Bäume pflanzt. Noch bis Ende des Monats könnt ihr euch eine der mehr als 20.000 Taschen holen und damit ein Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit setzen. Und nun zu den Ankündigungen. Von November bis Januar gibt es im Theater im OP zwei Stücke. Das erste Stück Wir lieben und wissen nichts von Moritz Rinke feiert am 27. November Premiere. Euch erwarten zwei Pärchen, eine Wohnung und einen Tauschvertrag. Findet heraus, was alles schief gehen könnte, wenn vier komplett verschiedene Menschen aufeinandertreffen, alte Konflikte aufbrechen, unterschiedliche Welten kollidieren, Geheimnisse aufgedeckt werden und dabei klar wird, wir lieben, aber wissen nichts. Das Stück wird bis zum 24. Januar auf der DT2-Bühne des Deutschen Theaters Göttingen aufgeführt. Das zweite Stück Zeit der Kannibalen von Johannes Naber hat am 4. Dezember Premiere. Spielort ist das alte Universitätsarchiv im Heinrich-Düker-Weg 5. Bei dieser Kapitalismus-Satire reisen zwei smarte Unternehmensberater durch die desolatesten Volkswirtschaften dieser Welt, um die Gier ihrer Kunden zu befriedigen. Alles läuft gut, bis überraschend die junge, idealistische Bianca Merz auftaucht und anfängt den beiden mit ihren weltfremden politischen Korrekthalten dazwischen zu funken. Der zugrunde liegende Text von Stefan Weigl erhielt 2015 den deutschen Filmpreis für das beste Drehbuch. Mit dem Kulturticket haben Studierende bis auf die Premieren für beide Stücke übrigens freien Eintritt. Dank euch fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017